Musik Mein Name ist Johannes Kaiser und ich komponiere seit vielen Jahren Filmmusik für Film und Fernsehen. Das Seherlebnis eines Filmes wird stark geprägt von der eingesetzten Filmmusik. Sie sitzt wie eine akustische Klammer um das Bild und kann die bildliche Wahrnehmung völlig verändern. Als Beispiel hier eine Filmszene mit unterschiedlichen Musiken und Stimmungen aus dem Komplit Musikarchiv. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020